alles klar welcome back auf meinem kanal meine freunde ich bin wieder am start nach fünf monaten ich dachte mir ganz einfach das letzte video kam wirklich so gut bei euch an also das sind mittlerweile ist auch schon vier monate her um ein mic was übrigens einfach vor mir auf dem tisch liegt weil ich kein mikrofon ständer mehr dabei ist der ständer natürlich in der hose was ich sagen wollte ja es kam super wo ich an hier an der stelle mal eine kleine einbindung 10.000 views ich glaube 300 400 likes aber noch auf jeden fall krasses feedback deswegen dachte ich mir so schnell wie möglich muss eine neue folge produziert werden weil diese videos allerdings sehr sehr aufwendig sind dauert das einfach mehrere monate wissen wirklich mal eine neue folge da ist wie über den neuen staffeln bei hier walking dead freestell system okay wollen wir sind wieder am start mit ihm zwei fucking de und ja wir werden gleich ein bisschen torken erstmal ich habe mir wieder einen neuen account gemacht freunde ich bin natürlich ein ganz kreis dabei und dann kann ich mir direkt mal hier eine wirklich schöne waffe holen und holen uns den rächer und bam direkt wieder op let's go okay ich sehe hier gerade auch mal eine kleine neuigkeit das was ich noch nicht kenne ich war jetzt tatsächlich seit vier monaten seitdem ich das letzte mal hier gespielt habe in dem video nicht mehr online und ist jetzt hier unten neue währung und zwar gaia also falls der währung ist ich gehe davon aus dass neben dem young und won ist und gaia kenne ich nicht das einzige was ich kenne ist ganja bruder also aber noch was das ist ich sehe auch ein bisschen sehr überbelichtet blass wie ein geist aus wie casper könnte man meinen liegt aber daran dass einfach gar kein licht habe also ihr seht das gleich die spiegelung in meinem wunderschönen ikea 400 euro klarer schrank da seht ihr dieses diese lampe und das auch tatsächlich das einzige licht neben meinem zweiten monitor deswegen sehe ich ein bisschen blass aus freunde und er macht euch mal kein kopf alles cool okay wir werden jetzt hier ein paar wild hunde killen mal wieder man kennt ihn keine ahnung der content wird mal wieder on flea aber ich dachte ich mache einfach mal wieder ein video erzähle ich sowas abgeht was jetzt so meine pläne sind für die zukunft denn ich habe tatsächlich pläne und ich habe noch so viele pläne goldene zähne freude träne auf mein leben ok freunde ja ich werde jetzt einfach hier ein paar wildhunde klatschen nebenbei werde ich ein bisschen torten was mir jetzt gerade jetzt direkt zu beginn dieses videos muss ich mal sagen gar nicht so einfach fällt ich weiß nicht ob euch das auffällt ob er das merkt aber bruder das herz ist schon am flattern wie damals 2012 als ich mit der scheiße hier angefangen habe ok ja doch eine 2012 holy shit alter ok jetzt sind wir natürlich auch wieder auf dem ehrenwerten server de hier corvinia oder folge kommt alle auf corvinia lasst einfach zusammen zocken papa klaus die meisten fragen sich wahrscheinlich digga dies dass was ist denn schon wieder los mit dir paar monate schon wieder gar keine videos du hast ja ein debut raus gehauen und feedback war auch richtig bombe hätte man auf jeden fall ein paar videos mehr machen können dies dass aber ich kann euch einfach nur sagen es war wie gesagt wie ich wie im ersten video angesprochen es war wirklich ein fehlgeschlagener deep road und es hat sich nicht gut angefühlt so abzureiern aber eigentlich jetzt schon ein bisschen spaß macht vor allem die kommentare und so das feedback war einfach richtig nice und das wird wahrscheinlich längst nicht so sein hier auf diesem video wahrscheinlich wieder nach vier monaten oder so aber war schon cool eigentlich und jetzt gerade in diesem moment wo ich hier von meinem pc sitze und wirklich immer eine kamera so gucke weiß ich wieder ganz genau dass mir das ganze auch freude bereitet dass wir das ganze auch liegt und dass ich es eigentlich liebe hier videos zu machen alter ich habe es schon wieder vermisst so aber ich bin sehr gedankt war mir einfach wieder so fern jetzt hier mal wieder ein video zu recorden ich bin auch sehr beschäftigt in meinem real leben muss ich sagen wie vielleicht der ein oder andere weiß bin ich berufstätig gehe nebenbei noch recht regelmäßig zum fitness und man hat natürlich hier freunde mit dem man sich trifft und vielleicht mal das ein oder andere auf jeden fall hatte ich einfach nicht so bock auf die ganze sache ich habe immer noch kein bock auf medien 2.de aber ich benutze es hier gerade einfach eigentlich nur zur plattform so wie ist das nebenbei ein bisschen was machen vielleicht kommt ja noch mal ein video weil gerade sehe ich schon der will drei bruder geschäfte laufen bruder meine laufen aus dem bruder aber sagt es ist eigentlich auch eine schlechte ausrede weil irgendwie findet man immer ein bisschen zeit und so ein video zu produzieren ist ja nicht eigentlich das aufwendigste aber jetzt kommen wir zum top news erstmal folgen wir auf instagram ganz wichtig sascha unterstrich w96 folgt mir da arme nacken das ist sehr sehr ausschlaggebend für euer zukünftiges leben deswegen tut das einfach mal direkt und jetzt kommen wir zur zweiten wichtigen info meine freunde Mr. Marlboro, Bitches kriegen Atemnot, Gesprächsthema Nr. 1 auf jedem Damenklo Oh, direkt wieder gegen das Mikrofon gestoßen, danke dafür aber ich laber wahrscheinlich auch richtig viel wie scheiße weil es einfach richtig komisch ist jetzt wieder hier von meinem PC zu sitzen und mit meinem Mic reinzureden was ich mir auch 2013 oder so gekauft habe war mir immer wichtig meine Qualität zu verbessern Kapper aber ihr wisst dass meine starken Punkte sind und jetzt kommen wir zu der Info, ihr habt es wahrscheinlich auch einen Titel gelesen oder irgendwas in Thumbnail, falls ich irgendwie ein Thumbnail machen sollte, vielleicht mache ich auch einfach gar keins Digga, mal gucken weil ich habe nichts mehr auf meinem PC, ich muss alles mal runterladen und so aktuell und ich bin eh ein bisschen out of this shit auf jeden Fall, meine Freunde, werde ich am 1.11. in meine eigene Wohnung ziehen, in meine erste eigene Wohnung, ich wohne jetzt gerade noch praktisch ja in dem Haus meiner Mutter allerdings wohne ich hier allein, da meine beiden Geschwister schon ausgezogen sind und meine Mutter praktisch bei ihrem Freund lebt also dieses Haus, dieser Haus hat hier wieder aufgelöst, sind schon nachher wiedergefunden, also ich werde jetzt am 1.11. in meine eigene Wohnung ziehen, in meine erste eigene und werde dann dort auch relativ zeitauflich so nach spätestens zwei Wochen sage ich mal anderthalb Wochen, eine Woche, das geht ja mittlerweile ganz recht schnell gutes Internet haben und dann werde ich aktiv sein auf Twitch mit Metin2 Boom, Digga, holy shit, Alter, ist das eine Ankündigung oder nicht, Alter? Mach den Thron frei, der King is back, würde ich sagen an der Stelle und ja, also ich werde auf jeden Fall aktiv sein auf Twitch, ihr werdet auch jetzt in der Beschreibung schon mal einen Twitch-Account sehen ich denke mal, ich werde auch einen neuen machen, ich hatte zwar schon mal einen mit 400 Subs, also so nach zwei Streams äh, nicht Subs, das wäre schön Digga, Followern ich werde nochmal einen neuen machen, check den auf jeden Fall schon mal ab, könnt ihr schon mal folgen, wenn ihr ultra aktiv seid kostet ja nix, so mal eben da ein Follow da zu lassen oder keine Ahnung, wie das heißt, ich glaube immer Follow also ich werde dort aktiv, ich werde mich dort einleben und dann ein aktiver Teil sein von äh, 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 Leuten Lebens, die das auch wollen if you know what I mean, if you know what I'm talking about, man yeah, I know I still, äh, talk a lot of shit, but, ähm, it still has a message, if you know what I mean it's very deep shit what I'm saying, yeah okay, alles klar gut, Freunde, ich würde sagen, keine Ahnung, wir machen jetzt hier, glaube ich, noch ganz gechillt auf Level 5 Alter, ist ja richtig geil wieder dieser Content Baba ich weiß gar nicht, ob aktuell überhaupt noch DE-YouTuber am Start sind, also so wirklich aktive Let's Player I don't know, ich kriege da ja nicht so viel mit, ne, also habe ich jetzt wirklich in den letzten Wochen nicht so verfolgt was ich vielleicht mal geguckt habe, war irgendwie ein Standy-Video oder so der war ja auch äußerst inaktiv und wenn da wirklich mal was kam, da habe ich mir auch meine kostbare Freizeit genommen und die wirklich in seinen kleinen süßen, etwas pummeligen Popo gesteckt also, Freunde, es wird krass, es wird krass auf Twitch, ich hoffe, ihr werdet jetzt feiern so, ich habe richtig Bock dann werden natürlich auch die einen oder anderen Ernährungstipps kommen, nein, Spaß, ich bin gerade übel, der magere Mindestdöner ich bin gerade aktuell auf 76 Kilo für die Leute, die es interessiert habe so ein bisschen möchte gern DEFI gemacht, also ich denke mal jetzt im Winter wird es auch auf jeden Fall ein bisschen bulliger, da werde ich ihm wieder ein bisschen zulegen, oder vielleicht schaffe ich es ja auch nächstes Jahr um diese Zeit so, keine Ahnung, 10 Kilo mehr zu wiegen, wäre auf jeden Fall cool und dann natürlich auch muskulös diesmal, ich will nicht fett werden, aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war es von diesem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr, I don't know, wer das hier überhaupt noch sieht, man ich spucke eure Groovy-Fressen und ich liebe euch wirklich sehr es war ein komisches Video, es war ein bisschen weirdo, aber das will man machen, Digga, haut rein, ich liebe euch Love ya